Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute ein etwas kürzeres Thema, aber auch nicht ganz ohne. Das Thema heute angebliches Millionenerbe. Mit seriös wirkenden Briefen und Faxen oder sogar Anrufen versuchen vermeintliche Rechtsanwälte aus dem Ausland deutsche Verbraucher von einem Erbe in Millionenhöhe zu überzeugen. Wer sich darauf einlässt, erhält statt eines Vermögens einen Schaden, der sich bis zum finanziellen Ruinen führen kann. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, einen eventuell entfernten Onkel aus Amerika zu haben oder von einem Unbekannten zum Alleinerben einer Millionensumme eingesetzt zu werden. Diese heimliche Sehnsucht machen sich die Betrüger zunutze. Immer wieder erhalten Verbraucher von vermeintlich seriösen Firmen die frohe Nachricht, Millionen geerbt zu haben. Manchmal geben sich diese Personen als Anwalt des Verstorbenen aus, manchmal auch als privater Erbsuchtdienst, der gegen eine Gewinnbeteiligung einen neuen Besitzer für ein herrenloses Vermögen sucht. Vermeintliche Erben werden aufgefordert, vorab Geldbeträge zu zahlen. Das Lockmittel ist eine vermeintliche Millionenerbschaft, die so bald wie möglich angetreten werden müsste, da sonst das Geld an den Staat fallen würde. Sobald der vermeintliche Erbe sich darauf eingelassen hat, werden von ihm unter den verschiedenen Vorwänden immer neue Geldbeträge gefordert. Angefangen mit Verwaltungsgebühren von wenigen hundert Euro, gefolgt von noch zu entrichtenden Steuern von mehreren tausend Euro bis hin zu Gutachterkosten für völlig abwegiges wie ein vorgeschriebenes Anti-Terror-Gutachten oder so ein Quatsch. Solange der Verbraucher zahlt, finden die Betrüger immer neue Gründe, warum das Erbe noch nicht ausgezahlt werden kann. Die nicht enden wollenden Forderungen werden dabei häufig durch offiziell aussehende Dokumente belegt. Also die Millionenerbschaft vor Augen. Tja, da zahlen viele Opfer. Teilweise so lange, bis es ihnen finanziell nicht mehr möglich ist. Statt Millionär zu werden, hat man sich dann ruiniert. Betrüger geben real existierende Kanzleien an. Häufig geben sich die Betrüger für real existierende Anwaltskanzleien aus. Zum Beispiel Becker McKenzie, Barcelona. Also bei Internetrecherchen stellt man dann fest, dass es die Kanzlei tatsächlich unter der aufgeführten Adresse gibt, was bei potenziellen Opfern erstmal für Vertrauen sorgt. Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass angegebene Daten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nicht mit denen auf der Homepage der Kanzleien übereinstimmen. Was man hier machen sollte, ist ganz klar. Die schreiben, ignorieren und die Betrugsfälle der Polizei melden. Das Europäische Verbraucherzentrum rät daher bei solchen angeblichen Glücksbotschaften zu äußerster Vorsicht. Wenn etwas zu gut scheint, um wirklich wahr zu sein, dann ist es das in der Regel auch. Entsprechende Briefe, Faxe und E-Mails sollten auch ignoriert werden und am besten gleich entsorgt werden. Auch sollte niemals Geld überwiesen oder Kontodaten herausgegeben werden, wenn Zweifel bestehen. Wer einmal reingefallen ist, sollte von zusätzlichen Zahlungen auf jeden Fall Abstand nehmen und direkt zur Polizei gehen. Das Problem ist bei solchen Maschen, man durchschaut sie nicht immer gleich von vornherein. Solche E-Mails kennt wahrscheinlich jeder von euch. Wie auch immer eure E-Mail-Adresse in diesen Umkreis geraten ist, das weiß man meistens nicht, aber dazu reicht schon einfach irgendwo eine undichte Stelle irgendein Online-Portal, wo ihr euch angemeldet habt. Und selbst wenn es nur das kleine Hobby-Forum ist, wo man sich angemeldet hat, man weiß nie so richtig, wer dahinter steckt, ob die Webseite sicher ist und ob die Daten dort auch sicher sind. Natürlich meldet man sich heute im Internet auf vielen Webseiten an. Man kann aber als Verbraucher leider nie prüfen, wie sicher diese Seiten sind. Natürlich gibt es Sachen wie HTTPS, dass man zumindest eine gesicherte Verschlüsselung hat. Ja, aber man weiß nie, ob die Seiten nicht vielleicht schon gehackt wurden oder irgendwas in der Richtung oder ob vielleicht sogar dieser Anbieter dieses tollen Forums, wo man sich erst mal freut, dass man es gefunden hat. Man weiß nie, was der im Schilde führt. Natürlich möchte ich euch damit nicht sagen, dass ihr euch nirgendwo mehr anmelden sollt. Aber man soll auf jeden Fall vorsichtig sein bei dem, was man tut. Denn für jeden gibt es die richtige Betrugsmasche. Es muss nur der richtige Betrüger sein und eventuell sauberes Deutsch. Naja, aber es gibt eben auch die Menschen, die Hilfe benötigen und vielleicht sogar auch einen Betreuer haben. Aber nur, weil man einen Betreuer hat, heißt das noch lange nicht, dass man kein eigenes Leben führen darf. Und das heißt auch noch lange nicht, dass ihr keinen Zugriff auf euer Konto habt. Es gibt Menschen, die sollten vielleicht nicht mit ihrem Konto umgehen, aber letztendlich ist es nur menschlich, wenn man auch die Menschen mal machen lässt und nicht nur den Betreuer die Aufgaben in die Hand gibt. Denn sonst würden diese Menschen auch kein selbstständiges, eigenständiges Leben führen können. Aber genau solche Menschen müssen wir schützen und vor allem auch eure Familie und das Umfeld. Ich hoffe, dass euch mein kurzes Infovideo wieder gefallen hat und eventuell ich euch auch ein kleines bisschen aufklären und weiterhelfen konnte, damit niemand in eurem Umfeld auf solche Maschen hereinfällt. Informiere alle in eurer Umgebung, sodass diese Masche einfach bekannt ist. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden eben von diesen gemeinen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es leider die Opfer. Sie sind da und man hört es immer wieder in den Nachrichten. Teilt daher gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn etwas Neues auf diesem Kanal hochgeladen wird. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!